Yo, ich wollte euch heute einfach nur kurz zeigen, dass Yono wirklich eigentlich komplett Bastard ist und dass seine Ausrede mit, dass es ein Delay-Hit war, komplett keinen Sinn ergibt, weil, ja, das werde ich euch im Video jetzt zeigen. Wir sehen jetzt hier erstmal, dass er hier den First-Hit gegen Titan bekommt und ab hier ist er zu keinem Zeitpunkt mehr in der Range. Also nach diesem Hit ist er zu keinen einzigen Zeitpunkt mehr in der Range. Er hat hier den Hit gegeben, ganz normal, jetzt ist er hier die ganze Zeit außerhalb der Range, die ganze Zeit. Ihr seht auch, das kann kein verspielter Hit sein, wenn er bekommt. Ich kann jetzt jetzt nochmal genau auf Pause machen, weil er den Hit bekommt. Bekommt, warte. Hier den Hit. Hier bekommt er den Hit, das ist natürlich jetzt erstmal hier, also, nee, das geht eigentlich gar nicht so ein Hit. Also die Range ist wirklich komplett unnormal, das kann man so sagen, das hat Ace auch schon getestet. Kann ich euch das Video noch verlinken, unten in der Beschreibung, da sieht man, dass er das auch schon probiert hat, den Hit zu bekommen, der geht komplett gar nicht. Und ja, bei uns, also bei mir und Ace ist übrigens kein Beef, wer das jetzt denkt, sollte ich es auch nochmal so erwähnen. Und jetzt zur Sache, man bekommt hier ganz normal den Hit nicht. Also der Hit ist ganz normal, wenn er nicht laggt und alles ganz normal laggt und möglich. Aber jetzt kommen wir halt zu seiner Ausrede, dass er sagt, er hätte nur gelaggt. Und diese Aussage gibt überhaupt keinen Sinn, weil wenn du lagst, gibst du ganz verzögerte Double Hits geben. Und ich kann euch gleich einmal kurz zeigen, was ein Delay Hit ist, also ein verspäteter Hit. Und das, was Yono macht, ist kein verspäteter Hit, daher ab diesem Zeitpunkt zu keinerlei, also daher aber hier zu keinem Zeitpunkt innerhalb der Range von Titan war. Er war die ganze Zeit außerhalb der Range von Titan. Das bedeutet, dass es kein Delay Hit sein und kein verspäteter Double Hit, das er gelaggt hat, weil er bekommt hier den Hit und hier ist er die ganze Zeit nicht in der Range. Dann bekommt er hier den Hit. Also ein Delay Hit und ein Lack Hit kann es nicht sein, weil er davor nicht einmal in seiner Range war. Ich kann euch jetzt einmal kurz zeigen, was ein Delay Hit ist und, ja, dass das, was er hier gemacht hat, kein Delay Hit ist. Selbst in dem Gegenvideo, was Yono gemacht hat, mit, ja, guck mal, das ist nur ein Delay Hit, selbst da hat man gesehen, dass das nur beim zweiten Hit so ist. Wenn du extremst lagst, dann ist es lediglich der erste, äh, dann ist es lediglich der zweite Hit, der bei dir ist zu spät connected, weil der Gegner noch in deiner Nähe ist. Doch was bei Yono war, ist bei Yono war einfach der First Hit. Das bei Yono hier war der First Hit, daher kann es nicht an Lacks liegen, weil der First Hit, äh, auch wenn du lagst, dadurch hast du keine größere Range. Das lediglich, wenn du lagst, dass du ihm einen Hit gibst und er bei dir noch hier steht und du dir noch einen Hit gibst, während er bei dir schon hier steht. Also, ich hoffe, das versteht man jetzt ein bisschen, wie ich das ausdrücken will, dass der zweite Hit ein Leck Hit sein kann, aber du kannst auch, wenn du lagst, wenn du lagst, gerade wenn du lagst, bekommst du meistens den First Hit nicht. Und wenn du lagst, dann, äh, bekommst du auch, dann hast du keine größere Range. Außer natürlich beim zweiten Hit, weil er bei dir weiter vorne ist. Aber er war ab diesem Zeitpunkt nach diesem Hit, und das ist auf jeden Fall kein verstehter Double Hit, weil das ist längst viel zu lange her, war er zu keinem Zeitpunkt in seiner Range nach dem Hit. Das bedeutet, dass es kein Lag Hit und auch kein, äh, verzögerter Hit, wie Yono sagt. Ganz einfach kurz hier, so. Also, sieht man eigentlich schon, dass es komplett nicht laget ist. Äh, ja, eins, zwei, drei, vier, 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 vier Komma fünf Blöcke, dann auch ein bisschen nach links, und, ja, das ist, das ist schon mal komplett nicht möglich, und ich kann euch jetzt einmal kurz zeigen, was ein Delay Hit, und, äh, ich zeige euch außerdem gleich nochmal so ein Lag Hit, was das, äh, auf sich hat, wenn man den verspäteten Hit, äh, gibt. Äh, ich habe leider dazu nicht mehr die Match-Page, deswegen müsste das hier auch mal reichen, ähm, ich beziehe mich hier übrigens ganz normal auf das Zitat. So, ich will euch das dann hier am Ritz zeigen, ihr seht, jetzt bekommt er den Hit, und wir sehen gleich, Moment, genau, jetzt bekommt er den nächsten Hit, und jetzt wird es bei GOMMA erst connected. Ähm, bei diesem Video sieht man ganz deutlich, wie das ist, wenn man eine Double Hit bekommt, und den verzögert bekommt, weil er vorher noch in der Range ist. Ihr seht hier der ganz normale Hit, und, warte, hier bekommt er bei sich den Hit, und hier wird der verspätete Hit erst gewertet. Das ist, äh, sowas ist ein ganz normal verspäteter Hit, weil er zuvor in der Range des Gegners war, und, äh, das in der Form halt legit ist. Weil das einfach nur ein verspäteter Hit ist, weil er davor in der Range des Gegners warst, und der Hit einfach nur zu spät connected ist. Ähm, was bei GOMMA natürlich nicht der Fall ist, weil er, äh, vor dem Hit zu gar keinem Zeitpunkt in der Range war, das heißt, ein Lag Hit können wir schon mal ausschließen. Und zuvor, nein, ich bin nicht in der Name, der Clip ist mir etwas älter, aber hier sehen wir nochmal einen Dealer Hit, oder einen verspäteten Hit aus der Sicht eines Spielers, der den Hit gibt. So, und wir werden in diesem Fall auch schon wieder nur bemerken, dass ich hier ganz normal in der Range bin, und da ein verzögerter Hit ankommt. Jedoch sind solche Dealer Hits und ähnliches auch wieder nur möglich, wenn du vorher in der Range warst, oder eben vorher den First Hit gegeben hast. Das bedeutet, dass das jetzt auch nochmal ein Dealer Hit ist, aus der Sicht einer Person, die den Hit gibt. Jedoch muss man davor auch einen Hit gegeben haben, oder zuvor in der Range des Gegners gewesen sein, was Yono nicht, äh, was bei Yono nicht der Fall war. Ja, das war der First Hit und er war zuvor auch nicht in der Range des Gegners, das heißt, einen Delay und einen Lag Hit kann man bei Yono ausschließen. Das wiederum bedeutet, dass er Range Hack hat und damit eigentlich eindeutig gebastet ist, meines Erachtens. Ihr könnt ja immer gerne bewerten, wie ihr das findet.